In der Musikbranche gibt es nur wenige Namen, die so viel Neugierde und Charisma hervorrufen wie Céline Dion. Céline Dion ist eine der drei einflussreichsten Diven der Welt, zusammen mit Whitney Houston und Mariah Carey. Mit ihrer inspirierenden Gesangskunst, ihren großzügigen Wohltätigkeitsaktivitäten und ihrem ikonischen Stil hat Dion die gesamte Musikbranche und die Popkultur tiefgreifend beeinflusst. Die plötzliche Beendigung der Gesangstätigkeit der Königin der zeitgenössischen Musik und die außergewöhnliche Geschichte, die sich dahinter verbirgt, hat jedoch die ganze Welt zu Tränen gerührt. Céline versucht immer noch, ihren Traum von der Rückkehr auf die Bühne zu verwirklichen. Aber diese Reise ist immer noch ein Versprechen, das sie ihren Fans gegeben hat. Welche böse Krankheit holt sie von der Bühne? Kann sie wirklich geheilt werden? Wie wird ihre Reise verlaufen? Und schließlich verraten wir ihnen Célines schockierende Enthüllungen an die Welt. Frühes Leben und Wurzeln Bevor wir uns mit den Details von Céline Dions unglücklichen Erlebnissen befassen, ist es wichtig, den Weg zu verstehen, den sie genommen hat, um ihren heutigen Status als gefeierte Ikone zu erreichen. Es gibt nur wenige Namen in der Musikgeschichte, die einen so weltweiten Einfluss haben wie der von Céline Dion. Sie wurde am 30. März 1968 in Charlemagne, Quebec, Kanada geboren. Sie wird weithin für ihre bezaubernde Gesangsstimme gelobt, die seit mehr als 30 Jahren das Publikum auf der ganzen Welt fasziniert. Céline Dion wuchs als Jüngstes von 14 Geschwistern in einem Elternhaus mit geringen finanziellen Mitteln, aber viel Musikalität auf, was sowohl ihre außergewöhnliche Begabung als auch die unerschütterliche Ermutigung durch ihre Eltern unterstrich. Trotz finanzieller Schwierigkeiten sorgten ihre Eltern, die ebenfalls Künstler waren, in ihrem Haushalt für eine förderliche und melodiöse Atmosphäre. Sie gründeten ein kompaktes Vokalensemble namens Dion's Family und reisten oft durch Kanada, um in nahegelegenen Einrichtungen aufzutreten. Dions musikalischer Weg wurde durch diesen Hintergrund bestimmt. Im zarten Alter von fünf Jahren trat Dion zum ersten Mal in der elterlichen Pianobar La Vieux Barry auf und verzauberte die Gäste mit ihren außergewöhnlichen stimmlichen Fähigkeiten. Thérèse Tanguy Dion, die Mutter von Dion, erkannte ihr Potenzial und komponierte ihr erstes Lied mit dem Titel »It was only a dream«, das eine entscheidende Rolle auf Dions Weg zum Ruhm spielte. Thérèse schickte ein Tonband mit dem Lied an René Angelil, einen angesehenen Musikmanager in Québec, der von Dions Talent zutiefst beeindruckt war. Um ihren Wirkungskreis über die französischsprachige Gemeinschaft hinaus auszudehnen, entschied sich Dion bewusst dafür, Englischkenntnisse zu erwerben und sich einem Rebranding-Prozess zu unterziehen. Der Zweck dieses Umzugs war es, sie als renommierte Künstlerin auf der ganzen Welt zu etablieren. Dions Aufwachsen war von Schwierigkeiten geprägt. Trotz geringer finanzieller Mittel und einer beengten Wohnsituation schuf ihre Familie eine von Zuneigung und Musik geprägte Atmosphäre und vermittelte ihr die Grundsätze von Entschlossenheit und Fleiß. Schon in jungen Jahren lernte Céline durch den bescheidenen Lebensstil der Familie Dion die Bedeutung von Beharrlichkeit. Ohne persönlichen Freiraum und konventionelle Annehmlichkeiten wuchs sie inmitten der lebendigen und chaotischen Atmosphäre einer Großfamilie auf. Diese Erziehung prägte später ihr Verständnis für Einfachheit und deren Wert. Trotz der Herausforderungen, die sich ihr stellten, hielt die Familie unbeirrt an ihren Zielen fest. Dions musikalische Begabung, die von ihrer Mutter Thérèse gefördert wurde, die ihr erstes Lied komponierte, erregte die Aufmerksamkeit von René Angélil. Angélil schätzte ihre vielversprechende Begabung und ging ein großes Risiko ein, indem er sein eigenes Haus als Sicherheit einsetzte, um Dions Debütalbum zu finanzieren. Thérès' Mentorschaft und ihr künstlerischer Einfluss blieben entscheidend für Dions Werdegang und boten ihr wichtige Unterstützung und Ratschläge. Dions Geschwister, die selbst musikalisch begabt waren, ermutigten sie unermüdlich und hatten einen entscheidenden Einfluss auf ihren künstlerischen Weg. Betrachtet man ihre schwierige Kindheit, so wird deutlich, dass Dions frühe Jahre einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung ihrer Fähigkeit, sich von Widrigkeiten zu erholen, ihrer Persönlichkeit und ihrer Hingabe an ihren Beruf hatten. Dions außergewöhnliche Arbeitsmoral und ihr Aufstieg zum Star beruhen auf den wertvollen Lektionen, die sie in ihrer bescheidenen Herkunft gelernt hat, sowie auf der Unterstützung ihrer Familie und ihrem unermüdlichen Willen, ihre Umstände zu überwinden. Doch was können wir angesichts dieser Umstände über den heutigen Zustand von Dion sagen? Was ist mit ihr geschehen? Bleiben Sie dran, um weitere Informationen zu erhalten. Frühe Karriere Der Aufstieg von Céline Dion in ihrer frühen Karriere war geprägt von ihrem außergewöhnlichen Talent, ihrem starken Ehrgeiz und einer lebensverändernden Begegnung mit René Angelil, der später ihr Mentor, Partner und lebenslanger treuer Begleiter werden sollte. Ihre Romanze hatte einen großen Einfluss auf Dions Karriere im Musikgeschäft und katapultierte sie zu weltweitem Ruhm und Anerkennung. Angelil, ein hochangesehener Musikpromoter, war tief beeindruckt von einem Video, auf dem die zwölfjährige Dion ein von ihrer Mutter geschriebenes Lied vortrug. Er erkannte ihre außergewöhnliche Begabung und bot ihr ein Vorsingen an. Ein entscheidendes Ereignis, das Dions Lebensweg entscheidend veränderte. Angelil war von ihrer Leistung sehr beeindruckt und verpflichtete sich, ihr Potenzial zu fördern und ihre Karriere zu begleiten. Im Alter von 18 Jahren hatte Dion bereits eine beachtliche Sammlung von neun französischen Alben aufgenommen und wurde mehrfach mit dem Felix Award ausgezeichnet, was ihre wachsende Popularität und ihre unbestreitbare Brillanz unterstrich. Sowohl Dion als auch Angelil waren sich jedoch darüber im Klaren, dass sie ihre Fangemeinde vergrößern musste, um einen weltweiten Erfolg zu erzielen. Dion ergriff die Initiative und widmete sich ein Jahr lang der Beherrschung der englischen Sprache, was 1990 zur Veröffentlichung ihres ersten englischsprachigen Albums Younison führte. Younison war ein entscheidender Wendepunkt in Dions musikalischem Werdegang. Die Veröffentlichung des Albums war ein großer kommerzieller Erfolg, angetrieben von Chartstürmern wie »Where does my heart beat now?« Dieses englischsprachige Debüt machte Dion auch außerhalb von Québec und Frankreich bekannt und ebnete den Weg für ihren raschen Aufstieg zu weltweitem Ruhm. Mit ihrem Triumph beim Eurovision Song Contest 1988, bei dem sie die Schweiz mit dem Lied »Ne partez pas sans moi« vertrat, erlangte Dion weitere internationale Bekanntheit, auch wenn sie anfangs Kritik einstecken musste, weil sie ihr eigenes Land nicht vertreten hatte. Ihre berühmte Ballade »My heart will go on«, die als Titelsong für den sehr erfolgreichen Film »Titanic« diente, festigte ihre Position als Musiklegende weiter. Der Song ist nach wie vor eine der meistverkauften Singles der Geschichte und brachte ihr 1997 neben anderen Auszeichnungen den renommierten Academy Award für den besten Originalsong ein. Weltweite Anerkennung und bemerkenswerte Erfolge In den 1990er Jahren erlebte Celine Dion einen bedeutenden Wendepunkt in ihrer Karriere, als sie einen beispiellosen Grad an weltweiter Anerkennung und Erfolg erreichte. Dions engelsgleiche Stimme und ihre sprachliche Anpassungsfähigkeit brachten sie ins Rampenlicht und mit der Veröffentlichung ihres ersten englischsprachigen Albums »Unison« zog sie sowohl englisch- als auch französisch sprechende Fans weltweit in ihren Bann. Ihre mit einem Grammy ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Peebo Bryson für den Soundtrack zu Disney's. Die Schöne und das Biest im Jahr 1991 festigte ihre Position in der amerikanischen Musikindustrie. Das 1993 erschienene Album »The Color of My Love« steigerte ihren Bekanntheitsgrad mit populären Liedern wie dem Titelsong und »The Power of Love« noch weiter und begeisterte das Publikum weltweit mit ihren emotionsgeladenen Auftritten. Celine Dion hat in ihrer langen Karriere unvergleichliche Erfolge erzielt und das Publikum weltweit mit ihrer fesselnden Stimme und ihrer tiefen emotionalen Wirkung in ihren Bann gezogen. Eine ihrer größten Errungenschaften ist der klassische Song »My Heart Will Go On«, der 1997 in dem sehr erfolgreichen Film »Titanic« verwendet wurde. Diese Hymne verhalf ihr zum Ruhm und hinterließ einen bleibenden Eindruck in den Aufzeichnungen der Musikgeschichte. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter fünf Grammy Awards, zwei Academy Awards, sieben Billboard Music Awards und zwölf World Music Awards. Dions Alben haben kontinuierlich die Spitze der Charts erreicht, wobei mehrere von ihnen mehrfach Platin-Status erreichten. Die Anerkennung, die sie sowohl auf dem kanadischen Walk of Fame als auch auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten hat, festigt ihre Position als prominente Persönlichkeit in der internationalen Musikszene. Heirat und Beziehung mit Angelil Die Verlobung von Dion und Angelil im Jahr 1994 erregte weltweites Aufsehen und zeigte ihre anhaltende Liebe und gegenseitige Wertschätzung. Ihre anschließende Heirat, die in einer aufwendigen Zeremonie in der Notre-Dame-Basilika in Montreal stattfand, wurde sowohl von Fans als auch von Fachleuten auf diesem Gebiet sehr bewundert. Dions beruflicher Erfolg ging mit der zunehmenden Bedeutung ihres Privatlebens einher, denn Angelil spielte in ihrem Leben mehrere Rollen. Er war ihr Mentor, Manager und eine unerschütterliche Quelle der Unterstützung und Liebe. Dions frühe Karriere, die eng mit ihrer Romanze mit Angelil verbunden war, ebnete den Weg für ihren unvergleichlichen Triumph. Gemeinsam stellten sie sich den Herausforderungen und Kritikern und stärkten Dions Willen und ihre Fähigkeit, sich von Schwierigkeiten zu erholen. Dies ebnete ihr schließlich den Weg zu einer der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Popmusik. Diese Etappe in Dions Leben verdeutlicht die wechselseitige Beziehung zwischen ihren Fähigkeiten und ihrem Fortschritt. Angelils unerschütterliches Vertrauen in ihre Fähigkeiten und die nachhaltige Wirkung ihrer außergewöhnlichen Zusammenarbeit bildeten die Grundlage für ihre bemerkenswerte Karriere. Persönliche Kämpfe und Kampf gegen die Unfruchtbarkeit. Auf dem Höhepunkt ihrer Berühmtheit hatte Dion mit einer Reihe von persönlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, die ihre Fähigkeit, sich zu erholen, in Frage stellten und ihre Persönlichkeit nachhaltig prägten. Dion hatte in ihrem Privatleben mit mehreren Schwierigkeiten zu kämpfen. Als 1999 BI ihrem Ehemann und Manager Rene Angelil Kehlkopfkrebs diagnostiziert wurde, erlebte Celine Dion eine Reihe intensiver emotionaler Belastungen. Mit unerschütterlicher Hingabe unterbrach Dion vorübergehend ihre beruflichen Aktivitäten, um sich um Angelil zu kümmern, was ihre tiefe Zuneigung und Loyalität unter Beweis stellte. Gleichzeitig sah sich Dion mit der sehr persönlichen Herausforderung der Unfruchtbarkeit konfrontiert, einem privaten Konflikt, den sie schließlich der Öffentlichkeit preisgab. Dions mühsame Erfahrungen mit vielen Zyklen der In-vitro-Fertilisation, IFFF, wurden zu einer Quelle der Inspiration für andere Frauen, die auf ihrem Weg zur Elternschaft mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Im Jahr 2001 brachte sie ihr erstes Kind, Rene Charles, zur Welt, was angesichts der Herausforderungen als großer Erfolg gewertet wurde und ihre weltweite Fangemeinde stark beeinflusste. Trotz der zunehmenden Anerkennung hatte Dion noch jahrelang mit persönlichen Problemen zu kämpfen. Angelils Gesundheitszustand verschlechterte sich weiter, was durch Dions persönliche Ängste nach ihrem Verlust im Jahr 2010 noch verschlimmert wurde. Doch trotz der Herausforderungen siegten Dions entschlossener Wille und ihre positive Einstellung, was später im selben Jahr zur freudigen Geburt von Zwillingssöhnen Nelson und Eddie führte. Dies war ein klarer Beweis für ihre Fähigkeit, sich zu erholen und ihren starken Glauben inmitten von Herausforderungen aufrechtzuerhalten. Dions Aufstieg zum Weltruhm war eng mit einem komplexen Geflecht persönlicher Hindernisse verbunden, das ein umfassendes Bild einer Frau zeichnete, deren Identität über ihr musikalisches Talent hinausging. Sie wurde nicht nur zu einer prominenten Figur im Theater, sondern auch zu einer engagierten Ehefrau und Mutter, die die Herausforderungen des Ruhms mit Anmut meisterte. Ihr unerschütterliches Engagement für ihre Familie und ihre Entschlossenheit, der Krankheit ihres Mannes zu trotzen, sind ein Zeugnis ihres außergewöhnlichen Charakters und haben ihr die Bewunderung von Millionen Menschen in aller Welt eingebracht. Angesichts der schwierigen Umstände gelang es Dion geschickt, ein harmonisches Gleichgewicht zu bewahren und mühelos die Verantwortung für ihr Privatleben und ihre beruflichen Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen. Während ihrer gesamten Reise spiegelten Dions Lieder stets ihre eigenen Erfahrungen wieder und verbanden sich mit ihren Fans auf einer sehr emotionalen Ebene. Ihre musikalischen Kompositionen wurden zu kraftvollen Symbolen der Stärke, die die Höhen und Tiefen der Herausforderungen und Siege des Lebens widerspiegeln. Dions unerschütterliche Widerstandskraft und Entschlossenheit waren angesichts der Herausforderungen offensichtlich und machten sie zu einer Quelle der Stärke und Inspiration für jeden, der ihre Geschichte kennenlernte. Musikstil, Kritik und Lob. Kritiker haben Dions Musikstil sowohl gelobt als auch kritisiert. Einige Kritiker sind der Meinung, dass sich ihre Musik oft an Pop- und Soul-Tropen hält und sich durch ein Übermaß an Emotionen auszeichnet. Keith Harris, der für das Magazin Rolling Stone schreibt, stellt fest, dass Dions Sentimentalität eher durch Kühnheit und Durchsetzungsvermögen gekennzeichnet ist, als dass sie nuanciert und kontrolliert wäre. Er schlägt vor, dass sie eine bestimmte Art von populärer Sensibilität verkörpert, in der intensive Gefühle die höchste Autorität haben. Im Vergleich dazu werden Dions französischsprachige Alben oft als tiefgründiger und vielseitiger angesehen, was dazu führt, dass sie hoch angesehen sind. Kritiker haben auch auf ein vermeintliches Defizit in ihrem Engagement für die Produktionskomponente ihrer Musik hingewiesen, was zu einer übermäßigen Produktion und einem Gefühl der Abgehobenheit führte. Trotz der anfänglichen Einschränkungen gewann Dion jedoch nach und nach mehr Autorität über den Entstehungsprozess ihrer Musik, was sich vor allem in ihren nachfolgenden Alben bemerkbar macht. Zwar hat sie gelegentlich Beiträge zum Songwriting geleistet, aber ihr Engagement war begrenzt. Im Laufe der Zeit nahm Dion beim Komponieren und Aufnehmen ihrer Musik eine selbstbewusstere und aktivere Haltung ein, wobei sie insbesondere auf frühere Kritiken einging und ihre eigene künstlerische Vision betonte. Sie zeigte eine starke Neigung, sich stärker in ihre Projekte einzubringen und unterstrich damit ihr Bestreben, Musik zu produzieren, die ihre eigene Perspektive und kreative Authentizität verkörpert. Dion wird oft von den Medien verspottet und verhöhnt, da ihr Akzent und ihre Bühnenmanierismen in Fernsehsendungen wie MATIF, Saturday Night Live, South Park, Royal Canadian Air Force und This Hour hast 22 Minuten häufig imitiert werden. Dennoch hat Dion offen gesagt, dass sie sich an solchen Bemerkungen nicht stört, sondern sie als eine Art Bewunderung für ihren Ruhm ansieht. Dion lud Anna Gasteier, die durch ihre berühmte SNL-Parodie von Dion bekannt wurde, ein, bei einem ihrer Konzerte in New York City, mit ihr auf der Bühne zu stehen. Dieser Auftritt zeigte Dions Fähigkeit, Humor in ihrer eigenen Darstellung zu finden. Obwohl sie sich häufig mit politischen Äußerungen zurückhält, machte Dion 2005 eine Ausnahme, als sie die Hurricane Katrina-Katastrophe ansprach. In einem Interview bei Larry King Live verurteilte sie emotional den Umgang der US-Regierung mit dem Problem und äußerte ihre Enttäuschung über die verzögerte Verteilung der Hilfe an die betroffenen Menschen. Dennoch machte sie deutlich, dass sie zwar Überzeugungen habe, sich aber hauptsächlich als Sängerin und nicht als Politikerin sehe. Sie räumt ein, dass es schwierig ist, ihre Ansichten zu solchen Themen in der Öffentlichkeit zu äußern. Tragödie und Todesfälle. Trotz mehrerer renommierter Auszeichnungen war ihr Weg von bedeutenden Tragödien geprägt, denen sie mit bemerkenswerter Zähigkeit und Gelassenheit begegnete. Das Ableben ihres geliebten Ehemanns René Angelil am 14. Januar 2016 bedeutete das Ende einer wunderbaren Liebesbeziehung, die mehr als 40 Jahre andauerte. Dion brachte ihre Trauer offen zum Ausdruck und gab einen Einblick in die Tiefe ihrer Liebe zu Angelil. Trotz ihres emotionalen Leids zeigte sie eine beeindruckende Widerstandskraft, indem sie nur einen Monat nach dem Tod ihres Mannes ihr Konzert in Las Vegas wieder aufnahm, um seinen bleibenden Einfluss zu würdigen. Im Jahr 2020 musste Dion einen weiteren schweren Verlust hinnehmen, als ihre Mutter Therese Tangay Dion, liebevoll Maman Dion genannt, verstarb. Der tiefe Einfluss, den Therese auf Dions Leben und Karriere hatte, war unverkennbar. Trotz ihrer offensichtlichen Trauer ging Dion, die am selben Tag einen Auftritt hatte, wie geplant auf die Bühne und beteuerte, dass ihre Mutter gewollt hätte, dass die Veranstaltung weitergeht. Diese Verluste hatten einen tiefgreifenden und dauerhaften Einfluss auf Dion und beeinflussten ihre Entwicklung sowohl als Mensch, als auch als Künstlerin. Ihre Musik diente ihr als Zufluchtsort, als Mittel, ihre Gefühle auszudrücken und ihren vielen Anhängern Trost zu spenden. Im Jahr 2019 spiegelt sich Dions Weg der Genesung in Titeln wie Recovering wieder, der von Pink und Courage geschrieben wurde. Trotz der Herausforderungen, die ihren persönlichen Weg geprägt haben, strahlen Dions beeindruckende Leistungen weiterhin hell. Sie hat ihr eigenes Leiden in ein weltweites Zeugnis der Stärke und Entschlossenheit verwandelt und ist so zu einem Symbol der Hoffnung und Motivation für viele andere Menschen auf der ganzen Welt geworden. Die Geschichte von Céline Dion ist ein Denkmal für ihre unerschütterliche Entschlossenheit. Ihre bemerkenswerten Errungenschaften zeugen von ihrer natürlichen Begabung, während ihr eleganter Umgang mit persönlichen Herausforderungen ihre Tapferkeit und Unverwüstlichkeit unter Beweis stellt. Ihr ganzes Leben lang war Dion ein Symbol für Widerstandsfähigkeit und Motivation. Ihre Erfahrungen eine deutliche Kombination aus bemerkenswerten Erfolgen und tiefen Verlusten. Spekulationen über ihren Gesundheitszustand Spekulationen über den Gesundheitszustand von Céline Dion haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, da sich ihr Äußeres merklich verändert hat und sie vor allem deutlich abgenommen hat. Diese Veränderungen wurden nach dem erschütternden Tod ihres Ehemanns Rene Angeli im Jahr 2016 deutlich. Dions schlanker Körperbau überraschte und sorgte für Spekulationen unter Fans, Medien und Kritikern. Spekulationen über mögliche Essstörungen, stressbedingten Gewichtsverlust und medizinische Grunderkrankungen machten die Runde. Während einige ihre körperlichen Veränderungen auf die Trauer nach dem Tod ihres Ehepartners zurückführten, verwiesen andere auf die unablässigen Anstrengungen, in der anspruchsvollen Unterhaltungsbranche ein makelloses Erscheinungsbild aufrechtzuerhalten. Aufgrund der zunehmenden Mutmaßungen sah sich Dion veranlasst, sich direkt mit den Bedenken der Öffentlichkeit auseinanderzusetzen. In ihrer Erklärung ging Dion direkt auf die Behauptungen ein, indem sie Garantien für ihre Gesundheit gab und die vielen Umstände beschrieb, die zu ihrer Gewichtsreduzierung beigetragen haben, die über ihre Trauer hinausging. Dion sagte, dass sie schon seit geraumer Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe. Als eine der Hauptursachen nannte sie ihr eifriges Engagement im Ballett. Die Beschäftigung mit dem Ballett war eine Methode, mit der Trauer nach dem Tod ihres Ehepartners umzugehen. Dion begeisterte sich für die körperlich anspruchsvolle Kunstform, die dafür bekannt ist, dass sie das Wachstum schlanker Muskeln fördert und die Gewichtsreduktion erleichtert, insbesondere durch intensives Training. Selene Dion führte ihre Gewichtsabnahme auch auf die natürliche Entwicklung des Alters zurück. Laut Dion verändert sich mit zunehmendem Alter der Stoffwechsel und die Muskelmasse nimmt tendenziell ab, was häufig zu einer Gewichtsabnahme führt. Darüber hinaus sagte sie, dass ihre körperlichen Veränderungen auch durch ihren sich entwickelnden Sinn für Stil beeinflusst wurden, der im Laufe der Zeit immer raffinierter und modebewusster wurde. Nach eigener Aussage betreibe ich diese Aktivität zu meinem eigenen Vorteil. Ich möchte ein Gefühl von Stärke, Schönheit, Weiblichkeit und Sinnlichkeit erleben. Obwohl ihre Gesundheit in der Öffentlichkeit stark in Frage gestellt wird, widmet sich Dion unbeirrt ihrer Musik und ihrer persönlichen Entwicklung. Obwohl sie sich des Schmerzes bewusst ist, den der Tod ihres Mannes verursacht hat, weigert sie sich standhaft ihre Identität davon beeinflussen zu lassen. Im Gegenteil, sie versucht aktiv, Kraft, Hartnäckigkeit und Zuversicht zu verkörpern und motiviert ihre Anhänger, eine ähnliche Haltung einzunehmen. Die Mutmaßungen über Dions Wohlbefinden unterstreichen die strenge Prüfung, der sich Personen des öffentlichen Lebens, insbesondere Frauen, in Bezug auf ihre körperliche Verfassung und ihr Aussehen unterziehen müssen. Dions Haltung ist geprägt von ihrer Fähigkeit, sich schnell von Schwierigkeiten zu erholen, von ihrer Wahrhaftigkeit und einem starken Bekenntnis zu ihrer Unabhängigkeit und der Kontrolle über ihren eigenen Körper. Sie bleibt ein Vorbild für viele Menschen, nicht nur wegen ihrer musikalischen Begabung, sondern auch wegen ihrer Fähigkeit, persönliche Hindernisse mit Anmut und Widerstandsfähigkeit zu überwinden. Dieses Kapitel in Dions Leben, ähnlich wie die vorangegangenen, verdeutlicht ihren Mut und ihre Herausforderungen, ihr unerschütterliches Engagement für ihre Fans und ihre kontinuierliche Entwicklung sowohl als Künstlerin als auch als Mensch. Céline Dion als Mutter, Philanthropin und Fürsprecherin Die Geschichte von Céline Dion geht über die Grenzen der Musik hinaus. Darüber hinaus zeichnete sie sich in ihren Rollen als Mutter, Fürsprecherin ihrer Familie und Philanthropien aus. Ihr Engagement sowohl für ihre Familie als auch für philanthropische Zwecke spiegelt ihre unerschütterliche Hingabe an ihre Arbeit wieder und veranschaulicht ihre angeborene Freundlichkeit und ihr grenzenloses Verständnis. Dions Hauptaugenmerk im Leben liegt auf ihrer Verantwortung als Mutter ihrer drei Kinder, René Charles und den Zwillingen Nelson und Eddie. Dions Weg zur Mutterschaft mittels In-vitro-Fertilisation ermöglichte es ihr, die Herausforderungen der Unfruchtbarkeit zu überwinden und ein enormes Glück und eine große Zufriedenheit zu erleben. Diese Erfahrung hat ihre Sicht auf das Leben völlig verändert und wurde zu einem zentralen Bestandteil ihrer Persönlichkeit. Dion gibt aufschlussreiche Interviews, in denen sie ihre Erziehungsphilosophie darlegt und betont, dass es wichtig ist, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Kinder sich offen ausdrücken können, ohne durch kulturelle Normen eingeschränkt zu werden. Sie ermutigt ihre Kinder, sich mit ihren Interessen und ihrer Individualität auseinanderzusetzen, was ihr Engagement für Toleranz und das Recht, sich auszudrücken, widerspiegelt. An diesen Grundsätzen hält sie in ihrem persönlichen und beruflichen Leben unerschütterlich fest. Dion ist bekannt für ihre wohltätigen Bemühungen, die über ihre eigene Familie hinausgehen und ihr außergewöhnliches Mitgefühl zeigen. Dions aktives Engagement bei der Unterstützung von Wohltätigkeitsorganisationen, die gegen Mukoviszidose kämpfen, ein Thema, das für sie eine tiefe persönliche Bedeutung hat, da ihre Nichte an der Krankheit starb, unterstreicht ihr aufrichtiges Engagement, etwas Positives zu bewirken. Dion hat ihren Status und ihre Ressourcen regelmäßig genutzt, um Unterstützung zu sammeln und Geld für Hilfsaktionen nach Naturkatastrophen bereitzustellen, was ihr Engagement für die Linderung von Leid und die Förderung positiver Veränderungen unterstreicht. Darüber hinaus gehen Dion's wohltätige Bemühungen über die Unterstützung von Kinderkrankenhäusern hinaus. Sie leistet auch aktive Beiträge zu Lebensmittelbanken und arbeitet mit anderen Wohltätigkeitsorganisationen zusammen, um die weltweite Gesundheits- und Bildungssituation zu verbessern. Dions Großzügigkeit wird von aufrichtiger Empathie und dem festen Willen angetrieben, anderen zu helfen. Ihre mitfühlende Haltung zeigt sich auch im Umgang mit ihren Fans, wo sie für ihre Wärme und Freundlichkeit bekannt ist. Obwohl sie im Laufe der Jahre immer wieder wegen ihres Aussehens kritisiert wurde, ist Dion entschlossen und unbeeindruckt geblieben. Sie steht selbstbewusst zu ihrer Selbstwahrnehmung, setzt sich über gesellschaftliche Attraktivitätsideale hinweg und setzt auf ihr eigenes Modebewusstsein. Ihre Unverfrorenheit unterstreicht nicht nur ihre Fähigkeit, sich von Herausforderungen zu erholen und ihr Selbstbewusstsein, sondern motiviert auch ihre Fans, ihre eigene Besonderheit anzunehmen. Neben ihren außergewöhnlichen musikalischen Fähigkeiten wird Dions Leben durch ihr unerschütterliches Engagement für ihre Familie und ihre bedeutenden Wohltätigkeitsaktivitäten bestimmt. Dions Taten haben stets einen positiven Einfluss auf das Leben der Menschen und hinterlassen einen bleibenden Eindruck durch ihr Mitgefühl, ihre Ausdauer und ihre Großzügigkeit. Geschäftliche Unternehmungen Feeling Inc., allgemein bekannt als Feeling oder Less Productions, Feeling Inc. ist eine Künstlermanagementfirma mit Sitz in Laval, Quebec, Kanada. Die Firma wird von Dion und ihrem verstorbenen Ehemann René Angelil geleitet und ist für die Betreuung der Karrieren anderer Musiker verantwortlich. Außerdem ist Dion für die Gründung der Restaurantkette Nichols verantwortlich. Sie besitzt Anteile am Les Mirages Golf Club und am Schwarz Restaurant, das sie zusammen mit ihrem verstorbenen Ehemann erworben hat. Dion hat sich mit André Agassi, Steffi Graf und Shaquille O'Neill zusammengetan, um den berühmten Nachtclub Püre im Caesars Palace aufzubauen. Im Jahr 1990 stieg Dion in die Geschäftswelt ein und gründete das Franchise-Restaurant Nichols. Dennoch verlagerte sie 1997 ihren Schwerpunkt weg von diesem Unternehmen. Im Jahr 2003 gründete Dion in Zusammenarbeit mit Cody das Unternehmen Céline Dion Parfums. Der Duft-Signatur kam im September 2011 auf den Markt, unterstützt von einer Werbekampagne der New Yorker Firma Craftworks NYC. Céline Dion Parfums ist außergewöhnlich erfolgreich und hat seit seiner Gründung über 850 Millionen Dollar im Einzelhandel umgesetzt. Im Oktober 2004 schloss Dion zudem eine Partnerschaft mit Air Canada für eine Werbekampagne, zu der sie den von Werbefachleuten geschriebenen Titelsong You & I beisteuerte. Im Rahmen ihrer zunehmenden kommerziellen Aktivitäten gründete Dion die Céline Dion Collection, eine Reihe von Taschen und Accessoires. Inni Sedona International, der asiatische Partner der Bugatti Group, gab an, dass die Linie innerhalb von drei Markteinführungen einen Umsatz von über 10 Millionen Dollar erzielte. Forbes hat die Möglichkeiten hervorgehoben, wie Unternehmer ihre eigenen Unternehmen verbessern können, indem sie sich von Céline Dion's persönlicher und beruflicher Karriere inspirieren lassen. 2017 sagte Dion auf einer Pressekonferenz, dass ihre Handtaschenmarke mit der Enthüllung eingeführt wurde, dass ihr verstorbener Manager, der auch ihr Ehepartner war, zuvor jedes Element ihres beruflichen Werdegangs überwacht hatte. Jeder Aspekt der Präsentation, von der Organisation von Veranstaltungen bis zur Durchführung von Interviews, wurde sorgfältig arrangiert und Dion setzte den Plan mit absoluter Präzision um. Dennoch sagte sie bei der Vorstellung selbstbewusst, ich habe jetzt das Sagen. Von diesem Zeitpunkt an übernahm sie das Kommando über ihre Fernsehsendungen, ihre Familie, ihre Geldbörsen und alle anderen wichtigen Bereiche ihres Lebens. Dions Bemerkung verdeutlichte ihren Willen, ihren eigenen Weg zu gehen und die Herrschaft über ihr berufliches und privates Leben zu übernehmen. Mode und globaler Einfluss. Céline Dion wurde im Laufe der Jahre von Modekritikern für ihren progressiven Sinn für Mode gelobt. Bugatti begrüßte sie als die überschwängliche neue Modekönigin und würdigte ihre gewagten Modeentscheidungen. Harper's Bazaar lobte Dion als Inbegriff einer modischen Risikoträgerin und bezeichnete sie als Mode-Kameleon, da es ihr Leichtfalle, ihren Stil zu ändern. Billboard würdigte sie als prominente Figur in der Streetwear-Mode und dokumentierte ihren Stilwandel auf internationaler Ebene. Die Vogue lobte Dion als eine der dynamischsten Modeikonen der Musikindustrie und hob neben ihrem außergewöhnlichen Gesangstalent auch ihre extravagante Modeauswahl hervor. Tadler schlug vor, dass Cardi B. das Potenzial hat, die neue Céline Dion der Pariser Modewoche zu werden und hob Dions bedeutenden Einfluss als Maßstab für die Veranstaltung hervor. Der Modestilist Law Roach lobte Dion in den höchsten Tönen und verlieh ihr die Titel Königin des Lagers und Königin des Glitzers und der Pailletten. Dion zementierte ihr modisches Erbe mit ihrem legendären Reverse-Tuxedo-Outfit bei der Oscar-Verleihung 1999, das von der Vogue als eines der umstrittensten der Geschichte bezeichnet wurde. Das V-Magazin würdigte das Outfit als eines der unvergesslichsten Outfits, die je getragen wurden. Im Februar 2020 imitierte ein Teilnehmer von Project Runway Dions umgekehrten Smoking und gab ihn fälschlicherweise als seine eigene Kreation aus, was bei den Zuschauern der Show für Enttäuschung sorgte. Weiss hob den bedeutenden Einfluss von Céline Dion's Musik auf die nigerianische Gesellschaft hervor und würdigte ihre Dominanz als regierende Königin der nigerianischen Radiowellen in den 2000er Jahren. Ihre Lieder waren sowohl im Fernsehen als auch im Radio weit verbreitet und wurden in Werbespots und Nollywood-Filmen mit berühmten Persönlichkeiten wie Genevieve Nagy und Ramsey Nuhr gezeigt. Billboard analysierte den bedeutenden Einfluss, den Dion auf das Jamaica Jazz & Blues Festival nach ihrem Auftritt hatte. Laut Walter Elmore, dem CEO von Art of Music Productions, war Dion die teuerste Musikerin, die er je unter Vertrag genommen hatte. Er stellte fest, dass Dions Auftritt den Ruf des Festivals stärkte und die Aufmerksamkeit prominenter amerikanischer Künstler auf sich zog, die sich aufgrund der außergewöhnlichen Produktionsstandards der Show für eine Teilnahme an künftigen Veranstaltungen begeistern. Im Jahr 2012 besuchte Dion zum ersten Mal Jamaica, was zu einem neuen Besucherrekord und zu Verkehrsstaus in der Nähe des Veranstaltungsortes führte. Weiss untersuchte die anhaltende Präsenz von Dions Musik in jamaikanischen Dancehall-Clubs im Laufe der Jahre und stellte fest, dass mehrere Dancehall-Musiker ihre Lieder gecovered und ihre Balladen durch Remixe in Dancehall-Hymnen verwandelt haben. Zeitgenössische Dancehall-Künstler kombinieren Dions Melodien immer noch mit lebhaften Gitarren, Panflöten und rhythmischen Shuffles und sprechen damit die Vorlieben der Dancehall-Fans an. Aktueller Status, gesundheitliche Probleme und Einstieg in die Schauspielerei. Auf Dions Website und in den sozialen Medien wurde am 15. Januar 2022 bekannt gegeben, dass ihre ursprünglich für März-April 2022 geplanten Auftritte in den Vereinigten Staaten und Kanada abgesagt worden sind. Die Absagen wurden mit starken und anhaltenden Muskelkrämpfen begründet, die Dions Fähigkeit, auf der Bühne aufzutreten, beeinträchtigten. Am 8. Dezember 2022 gab Dion bekannt, dass bei ihr das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert wurde, eine seltene neurologische Erkrankung, die der Hauptgrund für ihre Krämpfe ist. Infolgedessen wurden alle weiteren Tour-Daten abgesagt. Im Mai 2023 wurden die verbleibenden Auftritte abgesagt, da Dion weiterhin mit der Krankheit zu kämpfen hatte. Dion hatte ihren ersten Auftritt in dem Film Love Again, für den sie fünf neue Songs für den Soundtrack beisteuerte. Der erste Song, Love Again, wurde am 13. April 2023 vorgestellt, während der gesamte Soundtrack am 12. Mai 2023 veröffentlicht wurde. Im Januar 2024 wurde bekannt gegeben, dass Amazon MGM Studios einen Dokumentarfilm mit dem Titel »I am Celine Dion« herausbringen wird, der Dions Existenz mit dem Stiff-Person-Syndrom erforscht, das Vermächtnis von Celine Dion. Dion wird allgemein als eine sehr wichtige Künstlerin im Genre der Popmusik anerkannt, die mit prestigeträchtigen Titeln wie »Priesterin des Pop« und »Königin des Pop« bedacht wurde. Sie hat die Gesangstechniken zeitgenössischer Popsängerinnen, darunter Whitney Houston und Mariah Carey, stark beeinflusst. Dies hat zu einer Umgestaltung des Genres und zur großen Popularität der Powerballade geführt. Von Billboard als die erfolgreichste zeitgenössische Sängerin aller Zeiten bezeichnet, wurden Dions stimmliche Fähigkeiten, ebenso wie die von Houston und Carey, von Randy Jackson als Symbol der heutigen Zeit gepriesen. Bezeichnenderweise reicht ihr Einfluss bis zu großen Talentwettbewerben wie »American Idol«, wo die Kandidaten oft ihr Verhalten imitieren. Viele Musiker wie Britney Spears, Rihanna, Adele und Josh Groban haben Dion als einen bedeutenden Einfluss oder als ihre Lieblingssängerin anerkannt. Darüber hinaus wurde Dions stimmliches Können von vielen prominenten Persönlichkeiten der Musikbranche gelobt und bewundert, darunter Beyoncé, Elton John und Quincy Jones. Darüber hinaus hat Dion den Guinness-Weltrekord für die meisten Juno Awards für das Album des Jahres erhalten, was ihre Position als verehrte Persönlichkeit in der Musikindustrie weiter stärkt. Ihr Ausschluss aus der Rolling Stone-Zusammenstellung der 200 außergewöhnlichsten Sängerinnen und Sänger der Geschichte löste jedoch im Januar 2023 Kritik aus, was ihren nachhaltigen Einfluss auf die Musikbranche unterstreicht. Im Laufe ihrer bemerkenswerten Karriere hat sie außergewöhnliche Leistungen vollbracht und weltweit über 200 Millionen Tonträger verkauft, was sie zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen der Geschichte macht. Trotz der unglücklichen Ereignisse der letzten Jahre zieht Dion mit ihrer bezaubernden Stimme weiterhin Zuhörer auf der ganzen Welt in ihren Bann. Ihre Geschichte umfasst sowohl erstaunliche Erfolge als auch sehr persönliche Tragödien und ist ein Denkmal für ihre außergewöhnliche Beharrlichkeit und ihr Mitgefühl. Die anhaltende Wirkung ihrer musikalischen Beiträge zusammen mit ihrer unerschütterlichen Hingabe an ihre Familie und ihre wohltätigen Bemühungen verbindet die Menschen auf der ganzen Welt. Dions Lebensweg, der in Charlemagne, Quebec begann, war eine bemerkenswerte Mischung aus außergewöhnlichen Erfahrungen und Schwierigkeiten, die zu ihrem weltweiten Ruhm führten. Ihre Aufrichtigkeit, ihre Hartnäckigkeit und ihr unübertroffenes Können haben die Zuneigung vieler Menschen auf ihrem Weg gefangen genommen. Während sie ihren weiteren Weg plant, bleibt ein Aspekt sicher. Der bleibende Einfluss von Celine Dion wird eine Geschichte des Erfolgs, der Beharrlichkeit und der transformativen Kraft des Gesangs für zukünftige Generationen schreiben. Wir freuen uns, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Wenn Sie mehr über Ihre Lieblingsprominenten erfahren möchten, klicken Sie auf das Video, das auf Ihrem Bildschirm erscheint. Auf Wiedersehen! Wir werden uns an diesem Ort wiedersehen.